ja hallo herzlich willkommen auf meinem kanal heute geht es mal wieder um den supermarkt simulator ihr habt bestimmt schon mal gesehen damit man sich da jetzt mods installieren kann ich wollte mir ein mod mal installieren und zwar den handscanner und das wollte ich mit euch zusammen machen so ein kleines tutorial dafür beenden wir erstmal ein spiel wir sind ihr jetzt auf dem desktop bei mir als erstes mit dieser bevor ihr irgendwelche mods installiert oder sonst irgendwas solltet ihr euch eine sicherheitskopie anlegen von euren spielstand von euren game so gesagt dafür drückt ihr eigentlich die windows taste plus er dann öffnet sich unten so ein kleines fenster da gibt die denn ein app data da drückt ihr dann ok drauf dann müssen sie so ein fenster hier öffnen app data look hello und remaining ihr drückt auf look hello dann dann sucht ihr den hersteller das war etwas mit endlich not gar games war das richtig da findet ihr schon diesen ordner der supermarkt simulator da seht ihr schon da sind eure daten drin gespeichert ich habe jetzt hier auf dem desktop schon ein ordner gemacht der heißt sicherheitskopie supermarkt wie ein sohn ordner herstellt dann macht ihr rechtsklick drauf dann drückt ihr auf neu und dann einfach auf ordner dann habt ihr den ordner den könnt ihr auch noch umbenennen wenn ihr wollt ich öffne das mal jetzt und dann lasse ich beide fenster offen entweder macht ihr hier rechtsklick kopieren drauf oder zieht das einfach rüber in die sicherheitskopie ok das habe ich jetzt gelöscht also ich drücke mal lieber hier drauf kopieren ihr einfügen sorry das ist halt eine der vorführer so jetzt habt ihr eine sicherheitskopie von euren supermarkt simulator erstellt gehen wir weiter zu den mods installation für die mod installation bevor ihr irgendwelche mods installiert braucht ihr tobis web index millionen lorder nennt sich ja das müsst ihr unbedingt installieren wie ihr dahin kommt das werde ich euch alles verlinken unter diesem video das findet ihr unter nexus mod da könnt ihr euch das runterladen die seite hier habe ich schon verlinken da drückt ihr hier auf dateien da könnt ihr euch das hier manueller download dann könnt ihr euch das runterziehen drückt langsam download ein bisschen paar sekunden warten dann könnt ihr euch das schon download natürlich nimmt ihr dafür die neueste version das ist ja ganz klar so wenn ihr euch das runtergeladen habt bekommt ihr so ein verpackten ordner ich gucke noch mal mit den gerade finde hier habe ich den ich ziehe den noch mal auf dem desktop drauf da macht ihr ich habe jetzt windrader macht jetzt rechtsklick drauf dann geht hier auf windrad entpacken nach tobis melonen oder da drückt ihr dann drauf dann bekommt ihr hier diesen wunderschönen ordner tobis web ex pack melonen oder da habt ihr denn diese dateien drauf wo müssen diese dateien jetzt sind das ist ganz einfach ihr geht jetzt bei steam rein überhaupt ich jetzt die da haben was die ich zeige euch das noch mal hier dann geht ihr auf bibliothek dann geht ihr hier auf den supermarkt simulator da macht ihr einen rechtsklick drauf war das jetzt verwaltung lokale dateien durchsuchen und dann habt ihr schon dem main ordner ja von euren supermarkt simulator so jetzt nimmt ihr die dateien von euren webin oder von diesem melonen oder nimmt euch das markiert das alles macht er rechtlich drauf kopieren und tut das hier einfach ja normalerweise steht jetzt einfügen recht alles markieren rechtsklick kopieren ja bei mir geht das jetzt so erst hat das da zweimal drin ich fasse es ja nicht okay wir machen das noch mal zu ja das ist der vorführeffekt den noch mal löschen dann machen wir die noch mal wie schon gesagt habe gerade ein packen nach wupp dann haben wir hier oben den den ziehen wir mal wieder runter dann haben wir das hier ich mache jetzt ganz einfach ich kopiere das ziehe das jetzt reizt mir aber lang so ziehe das hier einmal rüber in den supermarkt simulator dann müssten wir es eigentlich da drin haben dann starten wir einmal das spiel damit wir das ganze einmal abspeichern so wir drücken einmal ins spiel rein bis jetzt ist ja noch nichts passiert wir haben nur den loader gestartet und einmal speichern zurück zum desktop so dann haben wir schon mal diesen melonen loader installiert so wie das hier sehen da oben ist er ja der bepx ist das da kommen wir draufklicken dann sieht man die verschiedensten sachen aber wir gehen jetzt mal zurück wir kümmern uns jetzt mal um die hauptsache ein mod zu installieren genau und diese mod verschiedene mods findet ihr auch auf nexus mod ich habe hier jetzt mal den trabbaren scanner rausgesucht da gibt es natürlich noch viel viel mehr mods die seite werde ich auch noch mal verlinken das seht ihr hier alles das könnt ihr euch alles runterladen wie zum beispiel damit ihr mehr kunden habt damit ihr ein größeres lager habt damit ihr euren supermarkt um nennen könnt oder damit ihr mehr sachen als zehn stück in den warenkorb rein tun könnt aber das interessiert uns ja es geht um den scanner und den trabbaren scanner da könnt ihr auch noch mal hier auf dateien drücken dann drückt ihr hier auf manueller download achtet darauf damit ihr natürlich die neueste version kriegt dann klickt ihr auf herunterladen natürlich kommt noch mal der hinweis darauf damit ihr dem downloader braucht ihr auf langzame download aber das habe ich euch ja vorhin schon gezeigt dann bekommt ihr wieder eine windrad datei die sieht denn hier so aus ich habe das runtergeladen unter supermarkt muss ich habe mir da noch mal so ein kleines so ein kleines ordner gemacht ihr wisst ja rechtsklick ordner machen da tue jetzt meine mod drunter weg hier habt ihr den portablen scanner den müsst ihr auch noch mal ein paar rechtsklicken und dann packen nach portablen post den klicken wir doch mal an da haben wir denn den scanner drin und ins kann den müssen wir die scanner datei dll müssen wir in den melonen oder den web ex lo oder den klicken wir an dann habe ich eine datei die nennt sich plug in und denn gehen wir unter bin ohne plug in ja den müssten wir dann einfach da mal rüber ziehen so jetzt ist er hier drin der loader wir gucken mal ob das funktioniert wir gehen noch mal in den supermark simulator drücken wir mal auf fortfahren ich hoffe das hat jetzt alles geklappt so wir gehen jetzt einmal zu unserem pc öffnen einmal den wagenkorb der zum regal hin und was hat er denn hier ich packe das mal ganz kurz hier weg okay dann will das nicht hier fehlt uns was hier drückt man drauf auf die waschfutter drücken f und ihr hört schon da hat es gepiept was fehlt uns noch hier fehlen uns müsli tut noch mal f so jetzt gehen wir einmal zur überprüfung an unserem pc und da sehen wir schon damit die sachen da eingescannt sind und drücken dann nur noch auf kaufen dann werden die sachen sofort bestellt ja falls ihr sonst noch irgendwelche fragen habt ja natürlich ihr müsst natürlich auf 11 drücken damit das neuer wagenkorb ist wir gucken dann noch mal da nach er ist ja super das hat also geklappt wie gehen wir mal zurück zum desktop ja wie gesagt ich tue euch die ganzen sachen verlinken falls ihr noch fragen habt oder sonst irgendwas schreibt es oder in den kommentaren drunter ich bedanke mich für zuschauen wenn euch das ganze gefallen hat lasst einen daumen da wenn ich könnte es auch sein lassen vielen dank für zuschauen bis zum nächsten mal bei bei